Hallo, mein Name ist Johannes Schraps und seit 2017 darf ich als Abgeordneter der SPD das Weserbergland in Berlin vertreten. Seither geht all meine Kraft, Zeit und Energie in diese Aufgabe und das möchte ich natürlich gerne auch nach der Bundestagswahl im September weiterführen. Grundsätzlich vertrete ich als Bundestagsabgeordneter natürlich alle Menschen hier im Weserbergland, aber gerade als junger Abgeordneter ist es mir natürlich ein ganz wichtiges Anliegen von Anfang an gewesen, auch junge Menschen für Politik zu begeistern. Deshalb bin ich ganz viel an Schulen unterwegs und empfange auch ganz viele Schülerinnen und Schüler in Berlin, damit die richtig praktisch in Politik reinschauen können und über meine sozialen Kanäle Instagram, Snapchat, Facebook, was auch immer, versuche ich viel und transparent über meine Arbeit zu berichten und ich glaube, dazu kann ich viel beitragen, wenn ich das so weitermache. Ich glaube, grundsätzlich müssen wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass ländliche Räume automatisch schrumpfende Räume sind. Ich glaube, wir haben als Weserbergland auch als ländliche Region unglaublich viel zu bieten. Das ist gerade während Corona deutlich geworden. Ich kenne viele Menschen, die auch wieder nachdem sie woanders Erfahrungen gesammelt haben ins Weserbergland zurückgekommen sind. Ich gehöre auch dazu und ich glaube, dafür müssen natürlich die Voraussetzungen stimmen. Schnelles Internet, ein gut angebundener ÖPNV und dass diese Voraussetzungen da sind, das hilft, um attraktive Arbeitsplätze und attraktive Lebensbedingungen auch hier im ländlichen Raum sicherzustellen. Grundsätzlich gibt es ja zum Glück ganz viele Möglichkeiten, sich gesellschaftlich und politisch zu engagieren. Für mich gehört beispielsweise auch Engagement in der Feuerwehr, beim THW oder in Sportvereinen dazu, weil man auch dort zum Gemeinwohl und zu gesellschaftlichem Miteinander beiträgt. Ich glaube, in Parteien muss man auch nicht immer zu 100 Prozent hinter dem Parteiprogramm stehen. Auch ich habe da Dinge, die ich bei der SPD verändern möchte. Aber die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, die passen. Und trotzdem finde ich es wichtig, sich in Jugendräten oder Jugendparlamenten zu engagieren. Da kann man das auch überparteilich tun. Als Mitglied im Europaausschuss und im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages habe ich viel mit Ländern zu tun, wo man nicht das Privileg hat, wählen zu gehen. Und deshalb kann ich euch nur raten, geht im September zur Wahl, bei der Kommunalwahl und bei der Bundestagswahl. Macht euer Kreuz und wählt demokratisch.